hallo und willkommen zurück zum thema mitteilung in dem fall das zweite video dazu es gibt nämlich auch eine zweite art von mitteilungen die schauen uns jetzt mal an ich habe wieder auf meiner startseite habe ich hier die möglichkeit über mitteilungen zu sehen und es gibt eine zweite meldung ich kann einfach direkt auf die meldung drauf gehen dann bin ich direkt in der mitteilung selbst oder ich kann auf die mitteilung allgemein oder auf alle anzeigen gehen ich jetzt mal auf alle anzeigen weil ich vorhin was anderes ausgewählt habe hier sehe ich alle meine mitteilungen die mich betreffen und jetzt ist noch eine weitere meldung dazu gekommen und zwar gibt es einen vor ort mit dem bauträger und hier habe ich die möglichkeit zu kommentieren weil er eine frage gestellt wurde ich kann hier rückmeldung zu geben bei dieser meldung konnte ich das nicht das war eine reine information für mich hier ist eine meldung die ich auch dementsprechend beantworten kann in dem fall wurde eine frage gestellt als beispiel ob es eventuell mehr gibt und dann kann man hier schreiben nein meine wohnung frei zum beispiel und kann diese absenden das beispiel ist jetzt einfach nur ein beispiel aber es geht darum dass man hier sieht dass es also auch nachrichten gibt die man auch beantworten bearbeiten kann und so halt auch rückmeldung geben kann oder eventuell gibt es auch vorgänge wo auch darüber eine diskussion geführt werden kann das noch mal zum verständnis dass halt mitteilungen auch so aussehen können ist ist Vielen Dank.